Hallo, in diesem Video geht es um Zielbeziehungen in der Entscheidungstheorie. Und zwar ist es ja so, im Rahmen von betrieblichen Entscheidungen geht es ja fast immer darum, dass wir mehrere Ziele gleichzeitig im Blick haben müssen. Sonst wäre das ja alles total einfach. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wie stehen denn diese verschiedenen Ziele untereinander in Beziehung. Und in diesem Video schauen wir uns drei verschiedene Arten an, wie man sich diese Zielbeziehungen quasi klassifizieren kann. Erstens die Präferenzrelation, zweitens die Instrumentalrelation und drittens die Interdependenzrelation. Wobei Sie merken werden, die ersten beiden, da geht es eher so um eine reine Gliederung. Und das dritte, da geht es dann wirklich um die Beziehung der Ziele untereinander, zueinander. Schauen wir uns das im Detail an. Das hier sind die verschiedenen Klassifikationen mal als hierarchisches Diagramm dargestellt. Und wir gehen jetzt mal zu den Präferenzrelationen. Präferenzrelationen, da geht es einfach nur darum, dass der Entscheidungsträger festlegt, wie wichtig denn die verschiedenen Ziele relativ zueinander sind. Dann ist das die Grundfrage und dann können wir unterscheiden zwischen Hauptzielen und Nebenzielen. Die Hauptziele natürlich sind dann Ziele mit hoher relativer Wichtigkeit und Nebenziele sind dann eben Ziele mit geringer relativer Wichtigkeit. Also wenn wir jetzt, ja, irgendein mittelgroßer Automobilzulieferer sind, dann ist natürlich die Gewinnung von neuen Kunden und die Kostensenkung in diesem Bereich wichtiger relativ gesehen als zum Beispiel Kostensenkung im Marketingbereich. Und ja, dann könnten wir eben sagen, das eine ist ein Hauptziel, das andere ist ein Nebenziel. Je nachdem, was in unserem Unternehmen wichtig ist, je nachdem, was für eine Entscheidung gerade ansteht. So. Nächste Klassifikation sind dann die Instrumentalrelationen. Das klingt auf den ersten Blick sehr ähnlich wie die Präferenzrelation. Hier geht es einfach nur quasi darum, eine Ziel-Hierarchie zu bilden. Die Grundfrage hier ist eben, wie sind die Ziele hierarchisch angeordnet, aber auch von einer sogenannten Zweck-Mittel-Beziehung her. Und zwar ist es eben so, dass wir Unterziele haben, also ganz unten, und das sind im Endeffekt nur Mittel zur Erreichung von den Zwischenzielen. Diese sind wiederum nur Mittel zur Erreichung von den Oberziele. Und diese Oberziele beschreiben eben den übergeordneten Zweck. Also im Endeffekt wird die Hauptentscheidung definiert und ein bestimmter Zweck festgelegt und dann wird diese Hauptentscheidung zerlegt in verschiedene kleine Teilentscheidungen, um das Ganze übersichtlicher zu machen und vielleicht auch besser abbildbar und besser quantifizierbar von der Entscheidung her. Ganz oft haben wir so eine Instrumentalrelation, wenn wir irgendwie ein Kennzahlensystem haben in einem Unternehmen und diese Kennzahlen sind dann in einer bestimmten Hierarchie. Das werden wir uns im Thema Capital Controlling nochmal genauer anschauen, aber zum Beispiel, wenn wir uns den Return on Investment anschauen, dann ergibt er sich eben aus zwei anderen Kennzahlen, nämlich Kapitalumschlag. und Umsatzrentabilität. Und dann könnte man eben sagen, diese beiden Kennzahlen oder die Erreichung dieser Kennzahlen, Kapitalumschlag und Umsatzrentabilität sind quasi Unterziele zur Erreichung des übergeordneten Zwecks, nämlich des Return on Investment. Und als Drittes haben wir dann noch die Klassifizierung Interdependenzrelation. Da geht es dann wirklich jetzt inhaltlich darum, wie denn diese Ziele zueinander stehen. Also die Frage ist hier, beeinflussen sich die Ziele denn untereinander oder genauer gesagt, beeinflussen sich die Ziele in ihrer Erreichung untereinander. Denn ein Ziel an sich ist ja, hat man erst mal keine Auswirkung, aber die Zielerreichung ist das, was die Auswirkung hat. So, und dann gibt es als erstes den Fall der komplementären Ziele. Das liegt dann vor, wenn verschiedene Ziele oder Zielerreichungen sich gegenseitig ergänzen. Wenn wir also ein bestimmtes Ziel erreichen, dann unterstützt das die Erreichung eines anderen Ziels. Wir haben also quasi einen positiven Zusammenhang zwischen den Zielerreichungen oder den Erfüllungen. Ganz einfaches Beispiel wäre, das eine Ziel ist Verbesserung der betrieblichen Sozialleistungen und das andere Ziel ist die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit. Kann man definieren als unterschiedliche Ziele und man würde auch vermuten, dass die beiden Ziele sich gegenseitig positiv beeinflussen. Also wenn wir die betrieblichen Sozialleistungen erhöhen, dann sollte das auch die Arbeitszufriedenheit erhöhen. Zwei verschiedene Ziele, die sich gegenseitig quasi ergänzen. Deswegen sagen wir komplementär. Dann gibt es den Fall der neutralen Zielbeziehung. Da ist die Zielerreichung unabhängig voneinander. Das ist einfach der Fall, wenn die Ziele inhaltlich auch gar nichts miteinander zu tun haben und quasi eine Nullbeziehung besteht. Für das eine Ziel ist es dann quasi egal, ob das andere Ziel erfüllt wird oder nicht. Das hat das Energieverbrauch seiner Produktion. Da würden wir jetzt nicht direkt einen Zusammenhang dazwischen vermuten. Also wären die beiden Ziele neutral zueinander. Und dann haben wir als drittes hier noch den Fall der konkurrierenden Ziele. Da ist es dann so, dass die Zielerreichung sich gegenseitig verschlechtert. Also quasi das Gegenteil der komplementären Ziele. Und das ist eben dann der Fall, wenn wir ein bestimmtes Ziel verfolgen, wird es schwerer, das andere Ziel zu erreichen. Und ein anderes Wort hierfür ist dann eben auch Zielantinomie. Und ja, es gibt eben ganz viele Beispiele. Und das ist dann eben auch die Zielbeziehung, die einem Manager oder Projektleiter auch am meisten Kopfzerbrechen bereiten können. Und ja, ein klasses Beispiel ist hier einfach dieses magische Zieldreieck. Nicht nur in der BWL, sondern auch im Qualitätsmanagement. Wir wollen möglichst gute Produkte mit möglichst geringem Aufwand und in möglichst geringer Zeit. Und diese Sachen, die ergänzen sich nicht gegenseitig, sondern sind eher im Konflikt miteinander. Denn je mehr Zeit wir in ein Produkt reinstecken und je mehr Geld wir reinstecken, desto höher wird die Qualität sein. Aber dann ist unser Gewinn insgesamt zu gering. Wenn wir aber den Aufwand reduzieren und die Zeit auch reduzieren, dann ist die Qualität wiederum schlechter. Und das muss man dann eben versuchen zu balancieren. Und ja, das ist eben, ich denke, die wichtigste Zielbeziehung, diese Interdependenzrelation, dass Sie sich genau Gedanken machen müssen, das und das und meine verschiedenen Ziele, die ich in dem Projekt erreichen will. Und wie stehen denn diese Ziele zueinander? Und das müssen Sie einfach im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben, wenn Sie sich Gedanken machen, wie die Ziele erreicht werden können. Das war es auch schon zu diesem Video. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne als Kommentar stellen. und wir geben Ihnen Vielen Dank.